Dieses Jahr ist beim Bachelor endlich alles anders. Ich freue mich mega darauf, dass ich der neue Bachelor bin. Aber ich bin dieses Jahr nicht alleine. Wir sind zwei und das wird der absolute Hammer. Wobei ich auch sagen muss, dass ich den zweiten Bachelor echt schrecklich finde. Mein allererster Eindruck, er hat den Hasch im Sack. Und es gibt auch noch ein paar grausame Dates. Danke, alles Gute. Danke. Dennis. Dennis. Die Rose. Die Rose. Ah. Die lässt schon den Kopf hängen. Ja. All das und noch einiges mehr gibt es in der ersten großen Folge des, wenn man so möchte, ja neuen Formats, die Bachelors. Und ich, ich bin zwar nicht der Bachelor, aber ich werde es trotzdem kommentieren, parodieren und analysieren. Hallo, ich bin Alex und mein Lieblingsbuch ist die unendliche Geschichte von Michael Ende. Ja, interessiert wahrscheinlich keinen, aber vielleicht interessiert euch ja, dass ihr die Bachelors immer schon in voller Länge und vor TV Ausstrahlung auf SL Plus schauen könnt, das ist immer einer der ersten Links in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, wir starten auch direkt durch mit dem neuen Bachelor, also mit 50 Prozent der neuen Bachelor. Ich bin der neue Bachelor. Fühlt sich, fühlt sich gut an. Fühlt sich richtig an. Okay, auf den ersten Blick muss ich sagen, ja, ein ganz cooler Typ mit einer ziemlich angenehmen Stimme, der sich jetzt natürlich auch nochmal näher vorstellen darf. Ich bin Sebastian, 35 Jahre alt, gebürtiger Hamburger. Ich bin Key Account Manager für einen Immobilieninvestor und ich liebe es, morgens Sport zu machen. Wisst ihr, was ich mega lustig finde? Ich habe zwar schon eine ganze Menge Berufe gemacht in meinem Leben. Ich war ja schon mal Lehrer und ich habe mal ein bisschen als Dozent gearbeitet und ein paar andere Sachen gemacht. Ich habe aber überhaupt keine Ahnung, was ein Key Account Manager ist und ich verstehe ganz viele der modernen Begriffe nicht. Kann mir das mal bitte irgendjemand erklären? Ja, vielen Dank. Und wir gucken mal, was Sebastian sonst noch so kann, beziehungsweise seit wann er eigentlich schon Single ist. Ich bin jetzt seit ungefähr einem Jahr Single. Die letzte Beziehung, die ich hatte, da war ich am Ende auch verlobt. Oh, also verlobt klingt auf jeden Fall schon ziemlich ernsthaft. Wobei ich heutzutage auch immer ein bisschen das Gefühl habe, dass man sich einfach mal so verlobt, wenn man zufällig mal einen Kaugummiautomatenring gefunden hat. Aber bei ihm war das wohl wirklich ziemlich ernst. Wir hatten schon einen Taco geheiraten, wollten aber es hat dann nicht sollen sein. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, getrennte Wege zu gehen. Der Grund, warum das nicht geklappt hat, den erfahren wir ganz viel später. Den fand ich ein bisschen merkwürdig. Aber okay, jetzt soll es erstmal trotzdem weiter um Sebastian gehen. Und oh, was für eine unglaubliche Überraschung, die nicht in jeder Staffel vom Bachelor und der Bachelorette, seit es das Ganze gibt, die ganze Zeit erwähnt wird. Er ist natürlich ein Familienmensch. Meine Familie ist mir extrem wichtig. Zu meinem engsten Kreis gehören ganz klar meine Mutter, meine Schwägerin, mein Bruder. Ich glaube, noch deutlicher kann man seinen Vater bzw. Erzeuger jetzt auch nicht dissen. Aber seine Familie scheint wirklich ganz nett zu sein. Hat für Sebastian aber auch einen wichtigen Tipp, ruhig mal die Augen zumachen beim Daten. Vielleicht könntest du mal weniger auf Äußeres und mehr auf Inneres achten. Das ist gelogen. Ja, ob das wirklich gelogen, das sehen wir später noch. Weil leider ist die erste Folge wirklich sehr oberflächlich. Aber dass sich Sebastian als Bachelor tatsächlich eignet, das zeigt er dann auch nochmal. Denn er ist jemand, der seine Zunge in jede Frau stecken möchte. Und das ist ehrlich gesagt, wenn man sich die vergangenen Staffeln anguckt, immer ein ganz gutes Kriterium. Ich habe definitiv Lust zu kümmern als Bachelor. Ganz klar. Das gehört für mich auch mit dazu. Also vorgenommen habe ich mir das ab dem fünften Date, ehrlicherweise. Wenn jemand nach einem Kussstage gehen muss, dann wisst ihr auf jeden Fall, dass es nicht funktioniert hat. Oh ja, das haben wir in den vergangenen Jahren ja auch schon ein paar Mal gesehen. Und ich hoffe ehrlich gesagt, das passiert in dieser Staffel auch. Denn irgendwie sind schlechte Küsse immer cool und ehrlich gesagt auch immer ganz gut fürs Drama in der Staffel. Aber na gut, jetzt hat Sebastian uns auf jeden Fall noch eine ganz große Neuerung zu verkünden. Auch wenn ich die jetzt ja schon mehrmals erwähnt habe. Ich freue mich mega darauf, dass ich der neue Bachelor bin. Aber ich bin dieses Jahr nicht alleine. Wir sind zwei und das wird der absolute Hammer. Ja, und das finde ich an sich mega cool. Wobei, bevor ich jetzt meine Meinung erkläre, würde mich mal deine interessieren. Schreibst du mir mal in die Kommentare, ob du das jetzt gut findest, dass da zwei Bachelor sind? Oder eher nicht? Meine Meinung ist, es ist gut, weil der Bachelor wirklich, genau wie die Bachelorette so ein Format ist, was dringend mal irgendwas Neues braucht. Es ist halt doch jedes Jahr dasselbe. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, die letzte Staffel von Bachelor war schon wirklich unfassbar langweilig. Da kann es in dieser Staffel nur noch besser werden. Und dann schauen wir uns natürlich auch gleich mal den zweiten Bachelor an, der dem ersten schon so ein bisschen ähnlich sieht, aber von der Persönlichkeit her, glaube ich, aus einer ganz anderen Ecke kommt. Ich bin der Dennis, bin 30 Jahre alt und komme aus dem Allgäu. Ich liebe meine Heimat, egal wo man hingeht. Da ist immer einfach dieses Gefühl von daheim sein und ich glaube, das wird sich nie verändern. Und ich muss sagen, auf den ersten Blick fand ich Dennis eigentlich ganz sympathisch. Auf den zweiten dann nicht mehr, auf den dritten überhaupt nicht mehr. Und ich bin mal sehr gespannt auf eure Meinung später. Erstmal darf aber auch er uns natürlich ein bisschen was von seinem beruflichen Fortkommen erklären, denn irgendwie muss der Bachelor ja auch immer mega erfolgreich sein. Auch wenn denn Jahre später meistens rauskommt, dass das gar nicht gestimmt hat. Ich bin Unternehmer in der Fitnessbranche bei Zaber. Eine große Fitnessanlage mit meiner Familie zusammen, mit meinem Vater, mit meinem Bruder. Und er fährt Porsche. Ich glaube, das war sehr wichtig zu zeigen. Und was RTL auch immer sehr wichtig zu zeigen ist, ist, dass der Bachelor natürlich sehr gut gebaut und definiert sein muss. Und einerseits finde ich das irgendwie nachvollziehbar. Aber manchmal denke ich mir aber auch, und das habe ich mir auch bei den Frauen in dieser Staffel gedacht, dass es auch cool wäre, mal andere Körperformen zu sehen. Wer ist denn mal mit einem ziemlich übergewichtigen Zwiebelhund zum Beispiel? Man trainiert ja nicht nur für sich selbst, man will ja auch gut ankommen. Auch Dennis ist dann, du wirst es kaum glauben, absoluter Familienmensch. Was für eine Überraschung. Und tatsächlich, fast schon ungewöhnlicherweise bei diesen Formaten, sind seine Eltern sogar noch zusammen und seit 30 Jahren verheiratet. Für ihn durchaus was Wichtiges. Also in der heutigen Zeit ist das Wahnsinn. Und von denen sind es Vorbilder für mich. Und ich bin übrigens dafür auch sehr, sehr dankbar, dass ich es auch so erleben durfte und auch so vorgelebt bekomme. Wobei ich persönlich jetzt sagen würde, dass auch Trennungskinder jetzt ja nicht per se irgendwie schlechtere Menschen sind. Ich fand, das hat er jetzt ein kleines bisschen komisch formuliert. Aber gut, sein Papa macht dann jedenfalls sehr deutlich, was für eine Frau gesucht wird. Okay, aber da muss man fairerweise auch sagen, ich glaube, sowas sucht irgendwie jeder. Das ist ja klar, sie muss auf jeden Fall sportlich sein. Natürlich. Und wenn es ein bisschen intelligent ist, schadet es glaube ich auch nicht. Ja, ob das mit der Intelligenz bei Dennis ein Hinderungsgrund sein könnte, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Wie gesagt, ich finde den nicht so schrecklich sympathisch. Das nächste allerdings durchaus schon. Denn dem ganz modernen Dating, dem hat er sich bisher noch nicht geöffnet. Ich hatte in meinem Leben noch nie ein Tinder-Date. Ich bin da altmodisch. Ich treffe gerne noch die Leute persönlich, egal ob es jetzt mal im Supermarkt ist, in einer Bar. Wobei man sich ja theoretisch bei Tinder auch irgendwann trifft. Und ich persönlich auch wiederum das Gefühl habe, dass man heute im normalen Leben irgendwie niemanden mehr kennenlernen kann, weil das immer online stattfindet, oder? Naja. Dann war es jedenfalls so, dass Sebastian und Dennis erstmal nach Köln gekarrt wurden und dort einen Brief bekamen, in dem stand, wie das jetzt eigentlich in dieser Staffel alles so laufen wird. Und eine atemberaubende Villa, die du gemeinsam mit deinem Rosen-Kompagnon beziehen wirst. Und zwar in Kapstadt. Alter, Schwede, wie geil seid ihr denn? Schein! Ja, und ich muss sagen, die Villa gefällt mir ziemlich gut. Kapstadt finde ich eine coole Location. Ist auch mal was anderes als die letzten Jahre. Da war es ja eigentlich immer in Mexiko. Jetzt ist nur natürlich ein bisschen die Frage, warum sind die dann jetzt in Köln? Also ich meine, das klingt so ähnlich wie Kapstadt, aber ist vielleicht nicht ganz so schön. Du willst selbst, welche Ladies sich nach Südafrika begleiten dürfen? Okay. 30 Single-Frauen wollen euch auf individuellen Blind-Dates kennenlernen. Und hier muss ich sagen, fand ich das, als ich die Folge geguckt habe. Es war eine total coole Idee. Also, es gibt erstmal 30 Dates in Köln, aber nur 22 Rosen. Das heißt, es werden schon Frauen weggeschickt. Aber man lernt sie auch als Zuschauer schon mal ein kleines bisschen kennen. Und hier ist direkt mal die Erste. Ich glaube, ganz extrem an Liebe auf den ersten Blick. Ich glaube, dafür muss man noch nicht mal miteinander reden. Ich finde es schon attraktiv, wenn Männer sportlich sind. Einfach, weil ich wirklich selber auch liebend gerne Sport mache. Klingt an sich alles ganz gut. Aber dann gab es gleich ein bisschen ein Problem bei diesen Blind-Dates. Denn du kannst dir vorstellen, bei 30 Blind-Dates und 90 Minuten Gesamtdauer der Folge, wovon ja 45 Minuten noch irgendwas anderes sind, hat man jetzt gar nicht so viel Zeit, die Frauen kennenzulernen. Aber der erste Eindruck war schon mal gut. Na, wie ist Eva? Und du? Sebastian. Ich freue mich sehr. Ich freue mich. Ja, ich habe mir gedacht, vielleicht spielen wir eine Runde Basketball. Coole Idee. Und dann haben die beiden tatsächlich Basketball gespielt. Das war ein Schnitt von 8 Sekunden und dann kam direkt das Resümee. Ja, das ist jetzt eine etwas direkte und sehr schnelle Form von Date. Super sympathisch, schönes Lächeln und so kleine süße Grübchen. Gefällt mir auch sehr gut. Ich würde dich wahnsinnig gerne beihaben. Ja. Möchtest du diese Rose annehmen? Ja, sehr, sehr, sehr. Damit hat Eva also die erste Rose der Staffel bekommen. Aber auch Dennis darf natürlich seine erste Rose vergeben. Und wir haben ja schon gehört, ihm ist eine sportliche Frau wichtig. Naja, und dementsprechend ist die erste, würde ich sagen, gleich mal ein Jackpot. Ich liebe es einfach, mich zu bewegen. Deswegen sind wir heute hier in der Trampolinhalle. Ich will den Bachelor begeistern. Aber wenn die Energie da ist, dann muss ich ihn nicht überzeugen. Rebecca wird dann, glaube ich, eine echte Favoritin. Mich hat die übrigens derbe an diese eine Kandidatin von Bauersuchtfrauen neulich erinnert. Aber wahrscheinlich bin ich da wieder der Einzige. Und sie und Dennis hatten auch eine Menge Spaß beim Hüpfen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich bei einem Date hüpfe, dann spiele ich eigentlich immer Mario mit meiner Angebeteten. Wow, die ist wirklich auch sehr, sehr sportlich. Und das gefällt mir. Ja, Fitness, da geht immer mein Herz auf. Also mein Herz auf jeden Fall auf. Also ich würde mich riesig freuen, wenn du mich auf eine supergeile Zeit in Südafrika begleiten würdest. Oh, Südafrika. Und meine allererste Rose annehmen würdest. Danke schön. Damit wir uns besser kennenlernen können. Und an sich muss ich nochmal sagen, ich fand das mit den Blight-Dates war eine coole Idee. Aber mir wurde es teilweise einfach zu abgerusht gezeigt. Und mir wäre es lieber gewesen, man hätte weniger Dates gehabt und weniger Frauen gezeigt und die dafür ein bisschen intensiver. Aber egal, Sebastian ist schon direkt wieder beim nächsten. Ja, Laura, es geht allerdings hier primär natürlich noch darum, ob du jetzt auch dem Bachelor gefällst. Und der war am Anfang gar nicht so schrecklich begeistert. Kann aber auch ein bisschen daran liegen, dass ich jetzt ehrlich gesagt ein Date mit einem Reifenwechsel auch ein bisschen schräg fand. Ich habe am Anfang so ein bisschen geschwankt. Kann ich ihr eine Rose geben? Kann ich ihr keine Rose geben? Aber läuft doch super. Eigentlich läuft das gar nicht so schlecht, oder? Echt? Habe ich das gut gemacht? Mega. Und das zeigt hier natürlich schon ein entscheidendes Problem. Denn Sebastian hat ja mehr Rosen als Dates. Aber er weiß natürlich auch noch nicht, welche Frauen später kommen. Das heißt, wenn er jetzt den vielleicht Frauen am Anfang eine Rose gibt, dann könnten die ihm am Ende fehlen. Ist ihm dann aber auch egal. Okay, ich möchte sie auf jeden Fall nochmal in einer anderen Atmosphäre kennenlernen. Wie wäre es denn, wenn du in einer Kapstadt begleitest? Hättest du Lust darauf? Mega. Ansonsten muss ich sagen, habe ich mich bei den Dates gerade bei Dennis ein bisschen gefragt, wer zum Teufel die eigentlich ausgewählt bzw. ausgewürfelt hat. Aber hier ist auf jeden Fall schon die nächste Dame und die ist verdammt groß. Ich bin 1,84. Ja, ist schon sehr groß, ne? Weil ich jetzt sagen muss, ich finde große Frauen eigentlich durchaus ganz attraktiv. Aber naja, ist ja auch immer ein bisschen Geschmackssache und ich habe das Glück, noch ein bisschen größer zu sein. Das wird niemanden interessieren, aber ich bin nämlich 1,88. Okay, Lisa und Dennis hatten dann als Date zusammen ein Auto zu zertrümmern. Und wenn ich mir so vorstelle, was ich mir als Traumdate ausmale, ist ein Auto zu zertrümmern gar nicht dabei. Aber cool war es trotzdem. Auch Lisa hat dementsprechend eine Rose bekommen. Aber ich habe es ja schon erklärt, es gibt nicht genug Rosen für jede Frau. Deswegen müsste ja irgendwann auch mal ein richtig schlechtes Date kommen. Kein Problem, da hat RTL im Wald vorgesorgt. Hi, wie ist denn Dennis? Hi, Stefanie. Hi Stefanie, freut mich sehr. Freut mich auch. Wenn du Lust hast, würde ich dir gerne die Tarotkarten legen. Und natürlich finde ich das eine coole Idee, aber das jetzt irgendwie im Herbst im Wald zu machen, ist vielleicht ein bisschen eigenartig. Und ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, dass Stefanie von Tarotkarten weniger Ahnung hat als ich. Die hat nämlich mittelschlecht alles aus in so einer Anleitung vorgelesen. Das ist cool, das sind Stäbe, eigentlich auch so eine gewisse Fröhlichkeit. Das sind auch schlaflose Nächte. Ja, genau so sieht die Karte aus. Klarheit. Also, dass es irgendwie eine klare Entscheidung gibt. Also ich persönlich muss sagen, Stefanie konnte mich damit jetzt nicht überzeugen. Und sind das nicht eigentlich Schwerter statt Stäben? Naja, ich bin da auch kein Experte. Passenderweise ist hinter ihr aber sowieso sowas ähnliches wie ein Scheiterhaufen. Und kurz hatte ich den Eindruck, dass Dennis sie da jetzt auch hin verbrachten möchte. Also ich muss noch ehrlich sagen, dass die Reise hier nicht weitergeht mit uns beiden. Okay, ja. Und dann waren da auch noch so furchtbare Bilder drauf. Entschuldigung, hör mir auf, bis du es nicht meins. Und ich weiß nicht, ob du meinen Eindruck vielleicht ein bisschen teilst. Aber ich finde Dennis irgendwie nicht so schrecklich sympathisch. Ich konnte es zu dieser Stelle noch nicht so richtig greifen. Aber manchmal finde ich den von der Art her ein bisschen anstrengend. Aber gut, dafür können wir ja mal gucken, wie es bei Sebastian so weitergeht. Denn auch der kann natürlich nicht immer eine Rose vergeben. Die nächste Dame fand ich aber sehr sympathisch. Ich bin super einsam und ich hasse mein Leben. Nein, also ich bin schon ein lebensfroher Mensch. Und ich muss hier sagen, Ina mag Hunde. Sie hat irgendwie einen coolen Humor und eine total liebe Ausstrahlung. Deswegen war ich mir sicher, sie kriegt eine Rose. Aber irgendwie liege ich bei sowas halt immer falsch. Ich könnte es mir vorstellen als jemanden, den ich so in meinem Freundeskreis hätte. Ja, tun wir, kann es in allem gut sein, sagt meine Oma. Aber ich weiß, dass ich daraus nichts entwickeln würde. Naja, dafür gibt es dann allerdings andere Frauen. Da wusste man irgendwie ehrlich gesagt schon, als die reingelaufen sind, dass die eine Rose bekommen würden. Denn noch ein anderes Problem bei diesen Blind Dates ist natürlich, die sind ja auch wirklich in Echtzeit für die Bachelors sehr, sehr kurz. Und dann entscheidet man am Ende natürlich nur wegen des Aussehens. Ist ja auch okay. Aber dann sehen am Ende natürlich auch wieder alle wie Models aus. Bei meiner Arbeit als Brautzalistin waren natürlich auch viele Bräute sehr neugierig. Hey, bist du denn auch schon verheiratet? Das ist Leonie nicht, aber das kann ja jetzt bald passieren. Ehrlich gesagt habe ich kurz das Gefühl, dass sie und Sebastian wirklich gleich heiraten. Wäre ja auch mal was Neues. Heirat in Folge 1. Na ja gut, aber danach wäre es ja dann doch wieder nur ein Bachelor. Sieht sehr gut aus. Dankeschön. Ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, als ob ich ein paar Schritte übersprungen habe. Du hast auch mega coole Tattoos. Dankeschön. Und dass der Vibe irgendwie sehr, sehr schnell sehr gut gepasst hat. Witzig fände ich ja ehrlich gesagt, wenn eine der ersten Rosen gleich mal abgelehnt wird. Das wäre cool. Aber von Leonie auf jeden Fall nicht. Ja, ich würde sehr gerne die Rose annehmen. Der Mann hat auf jeden Fall Hochzeitspotenzial. Ein paar Dates, muss ich sagen, fand ich dann allerdings von der Aufmachung her wieder ziemlich cool. So zum Beispiel das zwischen Dennis und Jessica. Da ging es um mit Farben gefüllte Luftballons und eine Leinwand. Ja, da wäre ich auch gerne dabei gewesen. Das sieht ja jetzt wirklich mal spannend aus hier. Ja, ich dachte mir, wir machen heute mal uns einen Bunten. Keine Regeln, ein bisschen rumsauen, ein bisschen ausrasten. Eigentlich mache ich sowas noch nicht am Anfang, aber... Am Ende dann doch. Und dann machen sie das, was jeder vernünftige Mensch bei einem ersten Date mit Farben macht. Die beiden spielen nämlich auf Dennis' Sixpack Tic-Tac-Toe. Und da sie gewinnt, muss sie dann ja auch eine Rose kriegen. Oh, da schaffst du jetzt aus. So ein Scheiß. Die Jessie hat auf jeden Fall die Rose mehr als verdient. Alles klar. Jessie, lass dich drücken. Sebastian hatte dann etwas später noch eins der merkwürdigeren Dates. Da war er am Anfang noch blind. Dann hat er die Frau allerdings gesehen. Und normalerweise ist er ja derjenige, der die Rosen vergibt. Aber in dem Fall hat die Frau das einfach umgedreht. Freut mich, mit dir die Reise antreten zu dürfen. Dann nimmst du mir das ja schon vorweg. Ja, warum denn nicht? Natürlich bist du der Bachelor. Klar, aber ich muss mich ja auch irgendwo für dich entscheiden. Du hast vollkommen recht. Zwischendurch, das merkte man dann, gab es bei den Blind Dates auf jeden Fall schon mal so richtige Favoritinnen. Und ich muss es leider nochmal an dieser Stelle sagen. Ich meine, ich kann die Leute verstehen. Man kann hier natürlich nur übers Optische gehen. Aber manchmal fand ich, war Dennis wirklich ein bisschen arg oberflächlich. Ich bin offen und ich denke, dass ich auch mein Herz öffnen kann. Hallo. Hi. Ja, leck mich ja was. Ja, und wenn die Frau so gut aussieht, dann bekommt sie auf jeden Fall eine Hose. Da hoffe ich ehrlich gesagt, dass Sebastian ein bisschen mehr auf den Charakter guckt. Das tut die nächste Frau auf jeden Fall. Und die sucht auf jeden Fall was sehr, sehr Ernsthaftes. Ich bin Single. Ehrlich gesagt schon mein Leben lang. Ich bin sehr wählerisch. Ich will ja nicht mit irgendwen zusammen sein, sondern den richtigen Partner finden, mit dem ich dann auch jeden Tag Spaß habe. Finde ich an sich in Ordnung, wobei ich mich immer ein bisschen frage. Wenn man in seinem Leben noch keine Beziehung hatte, ist man dann wirklich wählerisch? Also natürlich irgendwie schon. Andererseits denke ich mir immer so, wenn man noch nichts ausprobiert hat und gar keine Vergleichsmöglichkeit hat, weiß ich nicht, ob das dann die richtige Umschreibung ist. Na gut, ob Sebastian sie wohl nehmen würde? Ja, aber das hat wie gesagt auch eher mal wieder äußerliche Gründe. Wenn sich Frauen einfach so sexy bewegen können, das sieht schon richtig gut aus. Das gefällt mir. Möchtest du diese Rose haben? Ja, gerne. Yay! Und dann, muss ich sagen, begann für mich vor dem Fernseher langsam so eine Phase, wo ich es sehr ermüdend fand, weil es waren sehr viele Dates und irgendwann war es wirklich ein bisschen Massenabfertigung. Ich habe euch deswegen jetzt einige Sachen mal so ganz bunt zusammengeschnitten, denn da sind auf jeden Fall ganz tolle, attraktive Frauen und spannende Dates dabei. Aber die dauern halt immer nur irgendwie gefühlt zwölf Sekunden. Mein Name ist Brenda, ich wohne in Wien und bin 26 Jahre alt. Ich bin die Lissi, ich bin 29 Jahre alt, komme aus Metzingen. Ja, wegen mir können wir gleich ins Dreamdate starten. Ich bin Annika, 30 Jahre alt und bin ein riesen Geschichtsnerd. Auch diese Frauen haben dann alle eine Rose bekommen und dann war so langsam der Punkt erreicht, wo nicht mehr so viele Rosen da waren, aber noch ein paar Dates und eins fand ich ganz besonders traurig. Da war Dennis mit einer total lieben Frau im Streichelzoo und sie hat ihm auch noch ein ganz tolles Geschenk gemacht, während er sie einfach nur loswerden wollte. Ich habe dir was mitgebracht noch. Mir fällt es gerade ein. Ich dachte schon, ich vergesse es. Ach Gott im Himmel, ey. Das ist ein kleines Bruch, wo du deine Gedanken aufschreiben kannst oder so. Ich habe mir auch so ein Buch gekauft. Oh Gott, Dave. Ich muss sagen, ich liebe solche Geschenke und ich fand die Frau mega sympathisch und irgendwie, ich habe es ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, hat Dennis so eine ganz komische Ausstrahlung für mich und ich hatte den Eindruck, der mag die optisch nicht, also ist sie automatisch durchgefallen und sein Kopf war echt nicht so toll. Es tut mir wirklich unglaublich leid, dir zu sagen, dass die Reise bei uns nicht weitergeht. Ah, okay. Danke, alles Gute. Danke. Dennis. Rose. Sie lässt schon den Kopf hängen. Ja. Unangenehm. Sebastian hat währenddessen dann noch eine Frau kennengelernt, bei der ich ein bisschen das Gefühl habe, dass die in dieser Staffel vielleicht noch eine größere Rolle spielen wird. Deswegen gibt sie hier nochmal in voller Länge. Klingt irgendwie komisch, aber es stimmt. Ich bin Freya und ich bin 25 Jahre alt, wohne in Berlin aktuell und ja, heute sind wir hier, weil wir ein bisschen Yoga zusammen machen. Na ja, normalerweise gibt es Yoga beim Bachelor ja immer erst in Folge 3 oder bei der Bachelorette in Folge 2 und das ist wirklich irgendwie in fast jeder Staffel so. Insofern ist es ja mal ganz nett, dass es hier schon beim Blind Date funktioniert und ja, es funktioniert wirklich. Das macht doch ganz gut, oder? Ja, voll. Ich muss ehrlich sagen, als ich in den Raum reingekommen bin, war mir eigentlich schon relativ klar, dass sie auf jeden Fall mit nach Kapstadt kommen darf. Okay, und ich habe euch jetzt zwar nicht alle Frauen gezeigt, weil ehrlich gesagt waren da auch sehr viele sehr unspannende Dates dabei, aber irgendwann waren alle Rosen vergeben und es konnte abgehen nach Kapstadt. Wenn du mitfahren möchtest, dann kostet das Ticket übrigens entweder den Verstand, nicht aus welchem Song das nochmal kommt, oder du abonnierst jetzt kostenlos meinen Kanal. Ich würde dir das zweite empfehlen. Und der Dennis ist dann auch der Erste, der in Kapstadt angekommen ist und der begrüßt die dortigen Berge, so wie man das im Allgäu halt tut. Ja! Hey, wenn du die Berge seht, dann muss einer raus. Das ist ja schön im Allgäu, wollte ich kurz sagen. Was ist das für eine Hütte, bitte? Spinnt ihr komplett. Und ich will so, ich muss aber auch sagen, ich finde die Villa dieses Jahr schon irgendwie ziemlich cool. Jetzt fehlt natürlich nur noch Bachelor Nummer zwei und man darf nicht vergessen, die haben sich bis zu diesem Punkt auch noch nicht kennengelernt. Und letztlich sind die ja hinten raus ein bisschen Konkurrenten. Und wie das übrigens genau läuft, das erkläre ich euch noch. Moin! Grüß dich! Servus, hi! Ich bin der Dennis, freut mich kennenzulernen, du! Endlich mal! Ja, oder? Hat einen, das war ein sehr kräftigen Händedruck auf jeden Fall schon mal gehabt. Naja, und man sagt ja eigentlich, ein kräftiger Händedruck ist was Gutes. Ich muss immer sagen, ich finde Leute, die so künstlich kräftigen Händedruck machen, immer ein kleines bisschen komisch, aber okay. Wichtiger ist natürlich, was denken die beiden denn jetzt erstmal voneinander? Und da bestätigt Dennis nochmal seinen echt tollen Eindruck. Mein allererster Eindruck, er hat den Hasch im Sack. So, wie ist er denn? Ja, gute Frage. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so ein leichtes Fiepen auf den Ohren. Und ich glaube, das ist tatsächlich vielleicht der Punkt, warum ich Dennis nicht so sympathisch finde. Der ist halt sehr laut und sehr extrovertiert und ich mag es persönlich lieber so ein bisschen nordisch und in sich gekehrt. Magst du mir immer deinen Favoriten in die Kommentare schreiben? Weil mich das echt interessieren würde, ob ich da alleine bin oder ob es den meisten am Ende dann doch so geht. Na gut, aber die beiden unterhalten sich dann noch ein kleines bisschen und da wird dann nochmal so ein bisschen deutlich, wie das Format jetzt eigentlich weitergeht. Du weißt ja, deine Frauen könnten auch meine sein. Ja, mal schauen. Ja, mal schauen wir mal. Und ich bin gespannt, wer dabei ist. Und was ihr am verrücktesten findet, die Frauen wissen ja gar nicht, dass wir zwei sind. Ja, ja. Das stimmt. Und ganz wichtig ist das, was eben gesagt wurde. Denn nur, weil jetzt ein Bachelor sich eine entsprechende Frau ausgesucht hat, bedeutet das nicht, dass die automatisch sich nur für ihn interessieren darf. Und das wird, glaube ich, noch interessant. Erstmal kommen die Frauen dann aber auch in Kapstadt an. Und die sind nicht nur sehr bunt, sondern auch sehr begeistert. Ha, ha. Erwartungen, komplett übertroffen. Oh, wow. Mit sowas habe ich wirklich nicht gerechnet. Das ist natürlich aber so ein bisschen die Frage, wie verklickert man denen denn jetzt, dass es zwei Bachelors gibt? Und das passiert dann witzigerweise ganz von selbst. Und die folgenden Szenen waren für mich eigentlich so ein bisschen das Highlight dieser Folge, weil die allgemeine Verwirrung war schon sehr cool. Und ich weiß gar nicht, ob jemand von RTL das dann nochmal ein bisschen genauer erklärt hat oder ob die Frauen wirklich von alleine drauf gekommen sind. Ist am Ende auch eigentlich egal. Wir haben es ja alle schon gelernt. Dieses Jahr ist es nicht der Bachelor, sondern die Bachelors. Denkt übrigens ein bisschen wie so eine Familiensoap. Ja, nur jetzt wissen die Frauen zwar, dass es zwei gibt, aber sie wissen ja noch nicht wirklich, wer die Leute sind. Nun muss man ja auch sagen, die sind sich optisch, finde ich, so bummelig, ein bisschen ähnlich. Aber man merkt da auch sehr schnell, es gibt deutliche Unterschiede. Das ist so verrückt. Ein herzliches Willkommen. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Wie ihr sehen könnt, ich bin nicht alleine da. Wir sind offensichtlich zu zweit. Ist die Überraschung gelungen? Ja, okay. Seid ihr begeistert? Beide Bachelor sehen richtig gut aus, wirklich. Und das könnte durchaus zu ein bisschen Konkurrenzkampf führen. Allerdings sind die Bachelor wirklich in dieser Folge noch die, die den Ton angeben und die mit einer besonderen Rose auch noch eine besondere Entscheidung treffen sollen. Vielleicht ist euch schon aufgefallen, hinter uns stehen heute zwei gelbe Rosen. Und das ist dann die Einladung für unser erstes gemeinsames Einzeldate. Aber, und das ist natürlich der Kniff, und ich hoffe auch, dass das in dieser Staffel für noch ganz viele interessante Momente sorgen wird. Zum einen entscheiden sich also die Bachelor, zum anderen müssen aber natürlich die Frauen sich auch darüber klar werden, wen sie jetzt besser finden. Und das bedeutet, wie gesagt, nicht nur, weil sie die Rose von Sebastian bekommen haben, dass sie nicht Dennis trotzdem besser finden können. Ich kann gar nicht sagen, zu wem ich mehr tendiere. Ich habe die Qual der Wahl hier. Genau, also müssen alle um alle kämpfen. Am Anfang war es aber trotzdem so, dass sie meist ein bisschen mehr bei ihrem Bachelor geblieben sind. Und es wurden auch schon ein paar tiefer gehende Fragen gestellt. Ich wollte eigentlich auch nochmal fragen, wie deine letzte Beziehung so war, warum die gescheitert ist. Ich hatte so viele Fragen. Du hast einige Fragen. Gute Frage von Celine. Nicht zuletzt, weil wir ja schon gehört haben, dass Sebastian in seiner letzten Beziehung verlobt war. Und dann bin ich ganz ehrlich, fand ich den Trennungsgrund echt komisch. Und sie ist gescheitert, weil mir ist halt Humor extrem wichtig. Ich möchte halt immer mit meinem Partner irgendwie lachen. Und wir waren an so einem Punkt angekommen, wo wir das Gefühl hatten, dass das halt nicht mehr funktioniert. Und dann haben wir gesagt, okay, dann lassen wir das. Was ich daran komisch finde, ist, dass mir Humor auch super wichtig ist. Aber das merkt man doch eigentlich am Anfang einer Beziehung. Und nicht, wenn man verlobt ist und nach ein paar Jahren. Oder bin ich da auch wieder der Einzige? Na gut. Aber grundsätzlich muss man sagen, ja, das war ein ganz gutes Gespräch. Denn es ist da einen anderen Weg gegangen. Ja, ich habe natürlich schon mal rübergeguckt, was mein Kollege so treibt. Der Sebastian hat es da vielleicht gern lieber in einem Einzelgespräch. Und ja, ich habe kein Problem, mit mehreren Frauen gleichzeitig zu sprechen. Ja, aber sind das dann nicht immer nur so Abhackgespräche? Und wäre es nicht trotzdem relativ sinnvoll, am Anfang Einzelgespräche zu führen, weil man in dieser Sendung ja immer zu wenig Zeit für sowas hat? An sich schon. Es gab aber auch ein paar Gespräche von Sebastian, die ein bisschen weird waren. Das lag aber in diesem Falle nicht an ihm. Ich will ehrlich zu dir sein. Ich kann meine große Liebe hier nicht finden, weil ich die halt schon gefunden habe. Ich hänge halt tatsächlich noch an meiner alten Beziehung. Und es wäre unehrlich von mir, dass ich einfach hier weitermache und vielleicht den größten Fehler meines Lebens mache. Finde ich an sich eine total spannende und coole Erkenntnis von Mina. Aber das hätte ihr auch minimal vorher auffallen können, bevor sie ins Flugzeug gestiegen ist und jetzt auf Kosten von RTL und mit ganz viel CO2 wieder zurückgeblasen werden muss, oder? War Sebastian so ähnlich. Ach klar, das war ja ernst. Ich fand es ein bisschen merkwürdig. Also man hätte ja auch einfach direkt beim Blind Date sagen können, nee, ich möchte lieber hier bleiben. Sehe ich genauso. Ansonsten muss ich sagen, war es halt so ein typischer Erste-Nacht-der-Rosen-Abend. Also es gab sehr viele Gespräche, es wurde aber sehr wenig geredet und trotzdem gab es schon ein paar Favoriten. Und du hast es so ein bisschen wieder mit deiner Ausstrahlung, mit deiner Art so ein bisschen runtergebracht. Er verstellt sich nicht, er ist gerade raus. Er gibt mir auch so eine Sicherheit und so ein bisschen was Beruhigendes. Und das schätze ich. Man merkt so dieses bisschen bodenständige, kernige bei dir. Das ist aber tatsächlich auch das, was ich an Sebastian sympathischer finde als bei Dennis, der dann übrigens auch ein paar Einzelgespräche geführt hat. Den ich trotzdem wieder dachte, dass der so ein bisschen oberflächlicher ist als seine Konkurrenz. Wenn ich so an unser erstes Blind Date zurückdenke, muss ich echt sagen, da ist mir schon sehr positiv in Erinnerung geblieben. Also ich glaube, die Katja hat sich schon auch gefreut, mich wieder zu sehen. Ganz bestimmt sogar. Und kurz darauf war es dann auch schon soweit und es wurden die ersten gelben Rosen vergeben, die ja wie gesagt bedeuten, dass man dann in der nächsten Folge das erste Einzeldate zusammen hat. Insofern haben die schon eine große Bedeutung. Leonie. Schön. Möchtest du diese Rose annehmen? Sehr gerne. Ich freue mich auf das Date. Vielen Dank. Sehr gerne. Und würde gerne meine gelbe Rose an die Rebecca vergeben. Unser erstes Date in der Drapolin Halle. War schon super. Das ging nur viel zu schnell vorbei. Valentina hieß die bei Bauhaushof Frau und ich finde wirklich, die sieht ihr ein bisschen ähnlich. Na gut, aber das war es dann tatsächlich auch schon wieder mit dieser Folge. In der nächsten geht es glaube ich aber schon ziemlich ab. Und das ist auch wichtig, dann wird es nicht ganz so langsam wie in der letzten Staffel. Verrückt, wie schnell Gefühle ins Spiel gekommen sind. Da passiert gefühlstechnisch einiges bei mir. Habt ihr euch geküsst? Leonie weiß genau, was sie hier macht. Ich fühle mich wirklich sehr, sehr wohl in deiner Umgebung. Wenn du Bock drauf hast, das bei mir zu gucken und das würde mich sehr freuen, bitte gib dem Video jetzt einen Daumen nach oben. Das ist für den Algorithmus immer sehr, sehr wichtig. Und wenn du mir sonst noch einen Gefallen tun magst und das ist mir auch sehr, sehr wichtig, teil doch das Video. Keine Ahnung, Instagram, Twitter, WhatsApp. Es gibt ja viele, viele Möglichkeiten und ich bin mir sicher, dann macht es dir umso mehr Spaß, das zu gucken, wenn jemand anders auch noch die Videos guckt und mal ein bisschen drüber redet. Und dann würde ich sagen, sollte das für heute schon gewesen sein und streng genommen musst du das alles sowieso wieder tun. Denn sonst musst du jetzt auch nochmal in den Streichelzoo und der armen Frau mit dem coolen Geschenk, die da immer noch wartet, auch nochmal einen Korb geben. Bis zum nächsten Mal.